Wie geht es denn jetzt eigentlich weiter mit den Unternehmerperspektiven? Ja, wir gehen mit der Studie jetzt hinaus und werden in 30 Orten entsprechende Veranstaltungen durchführen, wo wir mit den Kunden und Experten das Thema diskutieren und da werden wir sicherlich noch viele interessante Anregungen bekommen. Sprechen bitte auch Sie, Ihren Firmenkundenberater, an und sichern Sie sich einen Platz in den 30 Orten, an denen wir die Veranstaltungen durchführen werden. Ich freue mich auf Sie. Ich freue mich auf Sie.